Pankras! Und schone die Pferde nicht! Ich dachte, du und Staric, ihr kämpft für dieselbe Sache. Was ist geschehen? Ach, weißt du, er brauchte meine Dienste, um seine Gang-Anführer auszubilden, aber der Mann ist unerträglich. Was du nicht sagst. Freiheit, Jacob. Sie zu stehlen ist weit mehr als eine Sünde. Das beraubt uns unserer Menschlichkeit. Recht hast du. Und St. Pankras kann unser Leib beenden? In dem Bahnhof befindet sich eine große Ladung Sprengstoff auf dem Weg zu Staric und Co. Und du hast vor sie zu stehlen. Was? Nein, ich habe vor sie zu sprengen. Ja, hier ist perfekt. In St. Pankras ist ein Zug geparkt. Ich würde gern Starics Waren beseitigen und großes Chaos dabei anrichten. Warum nicht, Jacob? Warum nicht? Der einfahrende Zug kommt gerade in unsere Richtung. Damit kannst du unbemerkt in den Bahnhof hinein. Falls er nicht zufällig vorher entgleist. Ich würde dir Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich sorge derweil dafür, dass Starics Verstärkung dem Bahnhof nicht zu nahe kommt. Ich würde mich nicht zufällig vorherigen. Let's go! Was kommt, wo du hingehst? Was kommt, wo geht es? Der Mann hat ihn nicht geholfen. Er ist ein Mann zu sein! Er ist mir zu tun. Ich bin sorry! Ich bin sorry! Der Mann hat ihn nicht geholfen. Bleib von hier weg! Wer ist das? Ah! Armin, Armin! Wir haben mein Gesuffer, wir haben mein Andres hier! Irgendwann werdet ihr Pleiters verstehen, dass ich nur euer Bestes will. Da will sich wohl jemand mit mir anlegen. Haltet aus, schau nach dem... Zwei erledigt. Deine Schande jetzt aufzuhören. Er ist hier! Eindringling! Da! Wem denkst du das? Hier ist einer eingetroffen! Was? Was ist der Teufel? Was ist das? Hoch die Knie, Kumpel! Hoch die Knie! 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 Nur noch eine Lieferung. Ich muss jemanden finden, der dieses Eisenross fahren kann. Nimm deine Dreckshände von mir! Was machst du da? Seien Sie ruhig, bitte. Nicht so laut, Sir. Kein Grund, sich aufzuregen. Was wollen Sie von mir? Ich brauche nur jemanden, der den Kessel schürt. Schon gut, ich helfe Ihnen. Tun Sie mir nichts. Sehen Sie mich als normalen Passagier an. Einen, der rein zufällig mit einer großen Klinge auf Sie zielt. Hey. What's going on over there? What's going on over there? Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen. Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen. Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen? Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen? Wären Sie wohl so freundlich, mir etwas Dampf zu machen? Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Für Sie, Chef! Danke sehr! Lasst uns etwas Unruhe stiften! Jakob! Er ist wunderschön, oder? Ich habe die perfekte zweite Tour für uns! Ach schon? Wir müssen uns etwas borgen! Drei von Starks Galgenstricken werden schon bald verschwinden! Du bist ein Teufel! Oh, und dieses Mal komme ich mit! Macht keinen Sinn, dass du den ganzen Ruhm einstreichst! Und dann auf zu meiner Kutsche! Louis! Jacob, unsere Kutsche wartet! Du weißt ja, wie das läuft! Du fährst! Diese feigen Stiefel-Lecker von Staric haben eigene Karte gebaut! Die reinste Verschwendung! Weil sie die Vergängs aufgebaut hätten? Nein, nein! Warum auch, wenn man breit ist wie anders? Ich würde nie jemanden ansprechen! Oh nein, niemals, oder? Und was ist mir da? Ich kann sagen, dass mir die National Gallery nie langweilig wird! Warum interessiert sich Staric überhaupt für Queen? Du deine Kutsche rum und warte auf die Fracht! Das wird nicht lange dauern! Hier muss doch jemand diese Hattie-Cat-Wallader kennen! Ich suche nach Miss Hattie-Cat-Wallader! Habe sie nicht gesehen, aber ich weiß, was sie vorhatte! Und das wäre? Kunst-Stibbitzen! Sie hat in der Nähe eine Statue gestohlen! Die Statue muss nicht hier irgendwo sein! Tja, wo ist diese Statue? Hey, Kleiner! Hast du eine Ahnung, was hier passiert ist? Ich weiß, wer sie geklaut hat, Sir! Miss Cat-Wallader? Sie versteckt sich in der Kloake! Die Kloake! Na klar! Warum die Kanalisation? Ich bin der Kloake-Zek길! Ich bin der Kloake-Zekäu! Ich sehe mal nach, was das gerade war. 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 Was soll denn das? Schickt sie? Ich sehe mal nach, was das gerade war. 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 war für mich. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Wo bringen Sie mich hin? Zu einem Freund, der Sie begrüßen will. Du hast dich wirklich gehen lassen. Das ist eine Schande. Na, dann ab nach hinten mit dir. Ganz ruhig. Tolle Arbeit. Besuch mich wieder im Alhambra. Ich habe noch mehr Amüsements für uns in petto. Das ist unmöglich. 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 Das ist unmöglich.